Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal wieder um den VXX. Der VXX, der läuft doch 2019 aus. Was sollen wir denn da machen? Was sollen wir denn dann shorten? Und jetzt gibt es eine Antwort darauf, nämlich den neuen VXX. Und wie das genau funktioniert, wann er kommt, jetzt im Video. Den VXX, den kennt ihr ja alle. Das ist ein ETN, also ein sogenanntes Exchange Traded Note. Ein Produkt, was Barclays im Jahr 2009 aufgelegt hat und mittlerweile ein wirklich sehr, sehr beliebtes Instrument, sowohl für Optionshändler als auch für viele andere Händler. Über eine Milliarde Dollar ist mittlerweile in diesem ETN eingesammelt worden. Und wenn ihr euch mal hier den Chart anschaut, dann seht ihr ja, für uns ist das ein fantastisches Instrument, um auf die Rollverluste zu wenden. Nochmal kurz zur Erinnerung. Der VXX, der versucht ja eine Nachbildung des S&P 500 WIX Short Term Future Indexes darzustellen. Dazu kauft er immer die ersten beiden Futures mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen. Und das heißt, er muss jeden Tag von dem einen in den anderen Future rollen. Und da diese Futures in der Regel immer in einer Contango-Situation sind, das heißt, der zweite ist teurer als der erste, entstehen permanent Rollverluste. Und das führt eben dazu, dass dieser ETN permanent im Preis fällt. Das heißt, den zu kaufen, nicht so sehr sinnvoll. Den zu langfristig betrachtet, den zu verkaufen, zu shorten, kurz darauf zu schreiben, ist sehr, sehr sinnvoll. Kurzfristig kann man ihn natürlich auch mal lang handeln. So, und jetzt ist es tatsächlich so, der ist ja im Jahr 2009 aufgelegt worden, nachdem in der Finanzkrise 2008 die Volatilität so explodiert ist. Und viele Händler einfach gesagt haben, Mensch, wir brauchen ein Produkt auf die Volatilität. Barclays waren damals die cleversten und haben das am schnellsten umgesetzt. Und die haben damals diesen ETF, ETN aufgelegt, aber eben mit einer Laufzeit von zehn Jahren. So, und wie die Zeit halt vergeht, neun Jahre sind jetzt schon rum. Ich weiß gar nicht genau, wann er kam, aber Anfang des Jahres 2009 kam oder ich glaube im Mai mal irgendwann. Jedenfalls 2019 wird er auslaufen. Und jetzt bekomme ich schon mal immer die ein oder andere Mail von Leuten, die sagen, naja, was machen wir denn dann? Was passiert denn dann? Und wir sind natürlich nicht die Einzigen, die sich das fragen. Und ich habe letztes Jahr schon immer gesagt, naja, wenn du eine Milliarde in einem Produkt hast, dann wäre es doch dumm, wenn du dieses Produkt auslaufen lassen würdest. Weil der hat eine Verwaltungskopier von, ich glaube, 0,8%. Das heißt, dafür, dass Barclays ein paar Computer hat, die nichts anderes machen, als ein paar Futures hin und her zu kaufen, verdienen die im Jahr 80 Millionen. Das ist nicht schlecht. Selbst wenn du da die Hälfte noch vom Marketing raushaust, hast du 40 Millionen Reingewinn für ein Computermodell. Das ist eine ziemlich clevere Idee, was die Jungs da gemacht haben. Und jetzt vor einigen Tagen kam dann die Ankündigung, dass es einen neuen VXX-B-Serie geben wird. Und deswegen wird auch das neue Symbol VXX-P sein. Also B wie B-Serie. So, es gab die A-Serie, jetzt gibt es die B-Serie. Und der soll bereits in diesem Jahr kommen. Man weiß noch nicht genau, wann er kommen wird. Es gibt die offizielle Ankündigung und der wird aber bereits in diesem Jahr kommen. Das heißt, noch vor dem offiziellen Auslaufen des alten VXX. Und es gibt auch schon ein paar Einzelheiten, was man weiß. Nämlich Nummer eins, sie können parallel gehandelt werden. Also es wird sowohl den alten als auch den neuen gleichzeitig geben. Der Aufbau wird nach den Informationen, die man jetzt hat, identisch sein. Es wird genau wieder das gleiche Produkt sein. Barclays hat angeboten, der will anbieten, dass man alte ETNs zurückgeben kann und dafür neue gibt. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier 1.000 Stück und die will ich in die neuen tauschen. Dann kann man die an Barclays zurückgeben und bekommt dafür dann die neuen zum gleichen Betrag eingebucht. Was noch nicht genau bekannt ist, ist der Erstausgabepreis. Damals war der, glaube ich, bei 100 Dollar. Ich weiß nicht, wie der jetzt sein wird, das werden wir sehen. Man kann auch, das ist auch schon gesagt worden, allerdings den VXX bis zum Schluss halten. Und er würde dann bis zum Schluss umgetauscht werden. Also er würde dann auslaufen und den neuen umgetauscht werden. Allerdings, und darauf weist auch Barclays hin, sollte man sich vorher mit Barclays in Verbindung setzen und auch seinen Broker fragen, ob er das Ganze macht. Ich persönlich glaube, dass der neue VXX, weil er ja eine viel längere Restlaufzeit hat und sich somit auch viele Marktteilnehmer länger werden positionieren können, der wird sehr schnell an Volumen gewinnen, an Liquidität gewinnen. Das heißt, ich glaube, dass sehr viele, jeder der jetzt, mal angenommen, wir wissen ja jetzt, dass der nächste Jahr ausläuft 2019. Jetzt ist irgendwann eine Situation im Laufe diesen Jahres, wo die Volatilität ansteigt und die Leute wollen jetzt Long-Volatilität gehen. Was werden sie kaufen? Den alten oder den neuen? Ich gehe mal davon aus, einfach um diese Zeitkomponente zu haben, auch wenn es keinen Zeitwertverfall gibt, werden sie natürlich sagen, okay, ich kaufe den neuen. Genauso bei Optionen. Sie werden natürlich dann sagen, dann kaufe ich doch lieber die Optionen auf den neuen, die definitiv länger laufen sind. Vielleicht gibt es ja dann sogar schon Optionen bis ins Jahr 2020 hinein. Und deswegen vermute ich, dass die Liquidität schnell in den neuen herüberschwappen wird. Und wir sollten dann auch immer einfach mit der Liquidität gehen. Das heißt, wir sollten schauen, wo sind die Volumen größer, wo ist die Liquidität größer, weil dort werden die Spreads zwischen Bid und Ask sehr, sehr eng sein. Wir sehen, wir wissen ja jetzt schon, der Volks X ist ein fantastisches Instrument, was die Liquidität anbelangt. Da werden wirklich Tausende und Abertausende Optionen jeden Tag gehandelt zu sehr, sehr engen Spreads. Interactive Brokers hat ja zuletzt, und ein paar andere Broker auch, haben ja zuletzt ein bisschen das Gas vom Feuer genommen, indem sie die Margin-Anforderungen für dieses Produkt hochgesetzt haben. Nichtsdestotrotz weiterhin ein sehr, sehr aktiv gehandeltes Instrument. Und auch wir handeln es nicht mehr ganz so regelmäßig wegen der Margin, aber in Sondersituationen, wo er geht hoch, dann ist das immer noch für mich ein super Instrument, um da wieder Short-Volatilität zu gehen, um da wieder was mitzumachen, wenn man irgendwie Signale dann entsprechend bekommt. Man sollte eins mal mit bedenken, das können wir jetzt noch nicht einschätzen, wenn sehr, sehr viele, die momentan Long in diesem, oder die auch Short in diesem Instrument sind, sagen, sagen wir mal von denen, die Short sind, wenn jetzt viele dieses alte Instrument weggeben oder wieder zurückkaufen, viele sind ja Short, es gibt, ich weiß gar nicht, wie groß die Short-Position, die ist riesig, wenn die natürlich jetzt alle sagen, ich kaufe den jetzt mal, um in den neuen dann wieder Short zu gehen, könnte das kurzfristig dafür sorgen, dass der alte ein bisschen steigt, weil so viele Calls reinkommen, was dann auch ein bisschen unabhängig ist, vielleicht sogar von der Volatilität. Das dürfte nicht signifikant sein, weil sonst wieder Arbitrage möglich wäre, man sollte das aber unter Umständen mal ein wenig einkalkulieren. Also, ich freue mich auf jeden Fall, ihr könnt euch auch freuen, wir wissen also jetzt, dieses tolle Instrument wird uns also auch die nächsten Jahre erhalten bleiben, das heißt, es lohnt sich auch jetzt noch, sich mit dem Thema Volatilität zu beschäftigen, mit diesem neuen Volatilitätsprodukt. Und es wird natürlich auch, es gibt ja nicht nur den VXX, sondern es gibt auch, ich glaube, den VXZ, heißt er, glaube ich, der auf die mittleren Futures setzt, den wird es genauso als neue geben, also auch eine Serie B wird es da geben, und der wird zum gleichen Zeitpunkt jetzt wieder emittiert werden von Barclays, wie der VXXB. Also dann, Volatilität gesichert, Haken dran, können wir die nächsten elf Jahre weiter handeln. In diesem Sinne, euch viel Erfolg an den Märkten, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut, bye, bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020